Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wie versprochen habe ich mir nochmal das Kommentar durchgelesen. Nochmals vielen Dank lieber Robert. Ich probiere es gleich nochmal. Ich mache nur... Wow! Von kommt... 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 Törchen. Ich mache nur ganz fix hier das Weltenherz-Dingens da zu Ende. Und dann borten wir uns sofort wieder zurück zum Konverter. Ich probiere es nochmal. Es soll... Ich habe einen Fehler gemacht. Ich soll mich an die Maschine quasi anschleichen. Da wird wahrscheinlich einfach so eine Quest aufgehen. Hoffe ich mal. Ich schaue mal. Ich schaue da mal, was läuft. Ganz einfach und unkompliziert. Jaja, du Hornwolf. Komm da her. Du grausiges Viech. Hui. Tu das. Du darfst auch. Und Energie sparen. Meine Waffe ist versparen. Weil es wäre nämlich gar nicht schlecht, wenn wir die Quest schaffen tun. Dann gibt es da nämlich eine feine Belohnung. Das ist... Jawohl. Bitte. Hat die super hingehauen. So. Da vorne habe ich noch so einen herumkrebsen sehen. Da ist er, ja. Da ist er, ja. Ja, Achtung. Zack. Zack. Au. Au. Du grausliches Viech. Echt unfassbar. Da. Da. Zack. Zack. Bitte wischen nichts. Ich nichts erwischen tue. Und zack. 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 Jawohl. Sehr gut. Und auch gleiche Lüten. Sehr fein. Gut. Da vorne sind, glaube ich, Ratten. Ich sollte mir ein bisschen speichern. Warte jetzt kurz. Mit unfix speichern. So. Okay. Na, da bin ich gesporn. Die werden auch zur Sicherheit, falls es bei der ersten Kampfmaschine nicht klappt, werden wir auch zur zweiten gehen. Und wir müssen das probieren. Hörst du? Au. Alter. Tu das. Du darfst. Alter, die wollen mir beide angehen. Wie unverschämt. Du das. Du darfst. Zack. Ui, 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 ui. Ich sollte mal was trinken. Wenn's geht. Na nu. So trinkst du nichts, du Pfosten. Hallo? Ich will nicht. Ich kann ja nicht wissen, ob man jetzt was nichts schaufen tut. Aber du, das macht das. Wie, hallo? Ich isst dann wenigstens mal was. Was trinkt da jetzt nicht, der Depp? Ah, jetzt. Na super. Ah jo. Danke, Duras. Der macht das. Wie so eine Pestrate mehr bringt als... Der Hornwolf hat nur fünf gebracht, oder? Frechheit. So, da war einmal ein Händlerlein. Der hat leere Flaschen transportiert. Wir werden aber das Überbleibsel, das er noch hat, mitnehmen. Musste ich mal kurz husten. So. Na, fein. Den Schlafsack lass ich jetzt mal aus. Ich glaube, wir sprinten mal ein bisschen. Ah, ein Beißerlein. Den machen wir natürlich auch mit. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Ohne Ende. Yes, is love. Drei, vier, fünfe, sechse, sieme. Gehen's dem aus. Zack. 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 Aha. Zack. So, geht ja. Ein Beißerlein. So. Ich muss nur aufpassen, da war ja irgendwo, ah, da greift's da rum, so ein ekelhaftes, großes Viechelein. Tap, 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 ein kleiner Sprint einlegen. So. Tap, 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 tap. Und dann sind wir auch schon gleich da. So. Schön wär's auch, wenn's hier einen Teleporter geben würde. Aber ich glaub, das wird zu viel verlangt. Hallöchen, Torgal. Rock arbeitet wieder für dich. Rock arbeitet wieder für dich. Mhm. Die Zeit, die uns wegen seinem Ausbleiben verloren ging, wird nur durch jede Menge Schweiß wegzumachen sein. Aber mein Fuß ist groß genug, ihm diesen abzuverlangen. Hier, für deinen Einsatz. In Arschtreten, ne? 123 Splitter. Sehr schön. Eine schöne Zahl. Wie geht's unserem Kumpel eigentlich? Also, Kumpel ist vielleicht falsch gesagt. Dem Kerl. Ist er schon da? Wahrscheinlich. Ist ja wurscht. Ähm, ich dachte nur, ich wollte ihm Hallo sagen. Eventuell noch fragen, ob er was brauchen tut. Aber irgendwie ist er grad nicht zugegen. Passt. Macht nix. Ähm. Also dann, alle guten Dinge sind drei. Hey, heißt so schön. Ich probiere es nochmal mit dem Konverter hier. Ja, bitte. So. Gehen wir nochmal zurück. Ich will nicht aufgeben. Tch. Hä? Ehrlich. Ich will das, ich will das hinkriegen. Nehmen wir mal die Blume hier mit. So. Ich will, ich will, ich will. Hinterm Konverter. Jetzt ist die Frage, wo ist da bei dem hinten? Eigentlich ist ja das vorn gewesen, ne? Also müsste das da... Ja, ich meinte nur, also müsste das hier hinten hinten sein. Jetzt muss ich nur die Seiten schnell wechseln. Damit wir diesen komischen Wühler ausweichen können. Ich glaube, das war ein Wühler. Auf jeden Fall ein blödes Viech. Ah, da haben wir auch eine. Weil dem Viech bin ich nicht gewachsen. Oh. Da können wir hier kranke Testraten. Ich glaube, das waren sogar die Schwächlichen. So. Das heißt, wir dürfen da mit draufhauen. Voll. Der erste Hammer schon mal. Zack. Okay, da tut er es. Da hat sich scheinbar der C gestoßen. So. Zack. 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 Sehr fein. Und Looten nicht vergessen. Das sind alles wertvolle Erfahrungspunkte für uns. Na, wo ist denn der andere? Da. Sehr gut. Ich gehe jetzt aber auch mal sicherheitshalber hier nach draußen. Oh. Aha. Das ist kein gutes Gebiet. Radioaktiv. Wie es mir ausschauen tut. Ja. Jetzt probieren wir mal unser Glück. Theoretisch müsste das jetzt hinterm Konverter sein. Theoretisch. Ne? Vielleicht ist es ja auch wurscht, welcher wir uns nähern. Ich probiere es einfach mal. Ich werde auch mal dann dort drüben speichern. Eine seltene Tätigkeit. Und dann werden wir das Kind schon schnaukeln. Ja, du, Rast. Du darfst ruhig. Bitte. Jawohl. So ist fein. Das hast du gut gemacht. So. Das ist halt nur die Frage. Also einfach mal. Aha. Da geht es auch irgendwie rein. Jetzt hätte ich gerade noch einen Teleporter gefunden. Dabei war die Blume so blau. Jetzt wäre ich ganz, ganz angespannt. Vor lauter Neugier. Okay. Also streng gesehen ist das theoretisch hinterm Konverter. Ich würde sagen, wir speichern das Ganze. Und woher nochmal und zu Glück. Kann ich denn wirklich schleichen? Ja. Geht. Kannst du auch schleichen? Sehr gut. Das ist jetzt vorne oder hinten bei dem Viech. Okay, das war ein Fail. Das war ein Fail. Nein, ich glaube, so war das auch gar nicht gemeint. Okay, warte. Wir laden nochmal. Ich muss hier üben. Ich muss hier probieren. Okay, so war es nicht gemeint. Also muss ich tatsächlich irgendwo einen Questgeber geben. Jetzt ist halt die Frage, ob das wirklich die hier ist oder die drüberne. Ich laufe mal zur drüberne hin. Ich stelle mich gerade echt blöd an, ne? Aber beim lieben Herrgott. Echt. Da ist niemand. Ich bin einfach nur blind wahrscheinlich. Aber ich sehe da kein Questgeber. Jetzt habe ich gehofft gehabt, dass ich hier quasi so eine Art Tutorial auftun tut, ne? Das hatte ich ja gehofft gehabt. Aber ich glaube, das kann ich mir schon abschminken. Ja, das ist jetzt aber nicht der Ernst, oder? Dieses Wühlervieh. Ekelhaftes Wühlervieh. Ah, ich bin wieder fertig. Oder es kann was. Oder auch nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir es schaffen, wenn ich den zu besiegen. So, mal nicht. Hey, ich wollte gerade was trinken. Boah, ich mag das Wichner. Ja, 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 ja. Okay, das ist nervig. Hm. Ich gebe sie auf, glaube ich. Ich bin einfach zu doof für die Quest. Ich bin, glaube ich, einfach nur zu dumm für die Quest. Das ist alles. Das ist, glaube ich, wirklich schon alles. Ich bin, glaube ich, einfach nur zu blöd. Ich bin, glaube ich, einfach nur zu blöd. Ärgerlich ein bisschen. Da hätte es was Tolles gegeben für uns. Aber dieses Wühlervieh geht mir auch so auf den Keks. Von da oben, Kumpa. Dieses Mistvieh. Du kriegst mich nicht so leicht. Du Mistvieh. Muss ich husten auch noch? Auch noch, wollte ich sagen. Was ist denn das so stark? Warum ist das eigentlich ein Boss, ey? Ich darf ja nicht einmal gescheit ins Inventar reinschauen. Ja, zwecks Magie raussuchen, ne? Ich glaube, das ist, das ist, ähm, ja. Da muss ich einen anderen Weg nehmen. Zu dem Viech. Jetzt muss ich mich kurz kratzen. Na, ich glaube, das lasse ich stehen. Da komme ich gerade nicht dahinter, wie es gemeint ist. Ich bin einfach zu doof gerade dafür. Tut mir sehr, sehr leid. Ich hatte gehofft, wenn man sich anschleicht, das ist dann eine automatische Quest. Wie hat dann den jetzt gepult, der Trottel? Ja, Begleiter sind zu allem fähig. Zu allem. Wie hat er das jetzt bitte gemacht? Wie hat er das geschafft? Das würde mich jetzt echt interessieren. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. So, machen wir da mal was anderes. Ich muss mich da ein bisschen einlesen. Und ich habe da irgendwas verkehrt gemacht. Ich verstehe da irgendwas falsch oder so. Das gibt es sonst nicht anders. Dann mache ich fix irgendwas falsch. Und wer geht uns jetzt schon wieder an? Sehr unfassbar, ey. Du könntest schon aufhören, ihr blöden Viecher. Ja, geht ja. Den wollt ihr nämlich noch probieren. Jetzt kommt der Hund schon wieder. Das macht das Viecher mit Absicht, oder? Oh, jetzt reicht's mir. Vielleicht, wenn er umkämpft, dass ich da meine Ruhe habe. Aber ich glaube, das wird nichts, oder? Oh, warte. Das vielleicht. Das vielleicht. Corinne's Waffe. Oh. Aha. Ja, das ist jetzt natürlich... Ich muss da weg. Ich hoffe, er ist nicht gestorben. Da tue ich das. Da. Aber ich stirbe. Okay. Aha, Corinne's Waffe ist da. Alles klar. Ja, das können wir uns holen. Aber, dann mache ich das jetzt schlauer. So war das gemeint. Okay, ich bin dahinter gekommen. Ich bin dahinter gekommen. Es besteht noch Hoffnung für mich. Also gut. Also wir borten uns jetzt nochmal dahin. So. Alles klar. Alles klar. Ich denke, das wird dann mit Corinne zusammenhängen. So. Ich hoffe es mal. Dass er etwas Feines für uns hat. Er ist jetzt ja nach Goliath zurück. Das wird nämlich auch gut passen. So. Da springen wir mal schnell hin. Ich hoffe, dass wir das Viech nicht nochmal bullen. Wahrscheinlich schon. Ich werde mal sicherheitshalber hier auch nochmal speichern. So. Ja, bitte. So ist das gemeint. Ja. So. Mal schön bohlen laufen. Und Schleichmodus aktivieren. Das sind jetzt unsere Schritte. Dieses Hundsviech, ne? Nimm's. Was tut er denn? Dieser Duras ist zum Kacken zu blöd. Was macht er denn jetzt? Ich hab da jetzt gar nicht einen Bug, ne? Ich hab da jetzt echt einen Bug. Du Duras. Du bist nervig. Bleib mal kurz hier stehen, bitte. Bleib hier stehen. Danke. Das geht gerade überhaupt nicht. Ja, was hab ich gedrückt? Opa, Entschuldigung. Falsche Taste. Ich hoffe, dass wir jetzt die blöde Töde da nicht bullen. Irgendwas hab ich gepullt. Passt. Hammer. Ja, sehr. Mal, komm. Ah. Wieso dieser Hund? Wieso kommt der jetzt immer her? Ja, den müssen wir zuerst besiegen. Das geht nicht anders. Ich hab sonst keine Ruhe. Oh, dieses ekelhafte Scheißviech. Echt. Na, wirklich. Warum? Warum, du blödes Mistviech? Das nutze ich jetzt gleich. Warte, wie ging denn der Dreck jetzt schnell mit dieser Magiekacke da? Wir haben ja ein paar Schriftrollen. Ich brate das Viech jetzt weg. Das ist mir wurscht. Machtwelle. So ein Dreck, meine ich halt. Macht Stoß. Ich glaub, der geht. Ich hoffe, dass wir den verwenden dürfen. Normal schon. Also, den bauen wir mal hier hin. Ah, das ist ja der. Lol. Also so. Und was haben wir noch? Was ist noch stark? Ich glaub, die Machtwelle. Die kommt hier hin. Also. So, ich ess noch was. Wir müssen das Viech umbringen. Es geht nicht anders. Wir kommen sonst nie mehr weiter hier. Es ist fürchterlich. So, ist noch was. Du dreckiges Wühlerviech. Wo bist du denn jetzt? Komm nachher. Ich hau dir eine auf den Pelz. Reicht's mir. Ach so, ich trottel muss hier dran stehen. Rache, ich bin wieder ein Zauber verbraten. Ma, ich bin so schlecht. Wahnsinn. Kann ich nochmal laden? Ja, bitte. Ma, eh. Mit dem Part wieder nix. Aber ich hab's, glaub ich, schon verstanden, wie es der liebe Rupert gemeint hat. Mir ist die Waffe zuerst gar nicht aufgefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah ja, das wird typisch ich. So, also Machtwelle nochmal. Y und dahin. Ranstehen und dann aktivieren. Merke ich das endlich mal. Doofe Zocki. Ich futter inzwischen. So, bitte hauen drauf. Ich halte schon die Finger. Jetzt ist er weg, ne? Boah, ey. Ja, was machst du denn jetzt? Hallo? Du sollst das einsetzen. Er ist ertrautig. Da kann ich... Ich weiß da gerade nichts drauf zu sagen. Ich muss hin. Ja, mach's jetzt was? Ach so, das hat Abklingzeit. Ach so. Ja gut, da kann ich dann schon probieren. Ist jetzt geschlafen. Ich steh auf. Du raus. Danke. Das ist mir... Ja, das wäre mir sehr lieb. Ähm. Hat's was gebracht? Ja, ist verreckt. Gott sei Dank. So, du dreckiger Wühler. Jetzt sollen wir wohl unsere Ruhe haben. Das wird sofort gespeichert. Und der Part ist wieder zu Ende. Aber die Waffe hole ich mir jetzt noch. Da kann sein, was will. Das hole ich mir jetzt. Punkt. Da. Die hole ich mir jetzt noch. Und du, das lasse ich sicher selber da hinten stehen. Komm her, Freund. Du bist zwar stark, aber manchmal hast du einen an der Klatsche. Und Bull nix. Das ist ein Befehl. So. Auf Position. Und schleichen. Die Waffe hole ich mir jetzt noch. Und im nächsten Part geben wir die ab. Langsam. Langsam. Einmal. Und der Energiesperre hat zwei Mal. Und abhauen. Leise. 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 Nein, nicht so. Du sollst wieder laufen. Normal halt, meine ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Schnell zur Tourers hin. Freund, du darfst wieder mit. So. Komm mit. Passt. Und jetzt hören wir auf. Ihr Lieben. Das passt wieder für heute. Alter, so ein Pech. Aber jetzt haben wir diesen dreckigen Wühler kalt gemacht. Und wir haben Corinne's Waffe. Ich hoffe, das bringt sich auch was. Und ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden, lieber Robert. Auf jeden Fall. Bill, was haben wir geschafft? Jetzt kann sie nur mehr bergauf gehen. Ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen. Fürs Zuhören. Fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 энергometrie. Tschüssi. T秘 m department. Täm parameters.